Schockierende Bilder einer Überwachungskamera aus dem S-Bahnhof Berlin Alexanderplatz vom Mittwochmorgen. Eine Frau läuft durch die Bahnhofshalle, als plötzlich ein Mann von der Seite kommt und sie mehrfach schlägt. Die Frau fällt zu Boden, wird vom Täter danach noch mehrfach getreten, unter anderem auch gegen den Kopf. Brutale Szenen, die von der Polizei aus diesem Video gelöscht wurden. Ein Passant greift schließlich ein und verhindert somit wohl möglich noch Schlimmeres. Der Täter nimmt einige persönliche Gegenstände des Opfers an sich und flüchtet dann. Die 35-Jährige wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun diesen Mann wegen versuchten Raubmordes und hofft auf die Mithilfe von Zeugen.